Sehr geehrte Damen und Herren, viele Menschen in Deutschland kennen mich aus der Verfolgung von schwerer Finanzkriminalität wie den Cum-Ex-Geschäften. Kürzlich ist eine führende Cum-Ex-Staatsanwältin in Deutschland zurückgetreten von ihren Aufgaben, weil sie sich nicht hinreichend von der Politik bei der Verfolgung schwerer Finanzkriminalität unterstützt sah. Aber jetzt bin ich nicht nur dafür bekannt, Herrn Scholz seine berühmten Erinnerungslücken verschafft zu haben. Was die wenigsten wissen, vor etwa zehn Jahren habe ich bereits einmal einem EU-Kommissionspräsidenten eine Erinnerungslücke beschert, nämlich bei den Luxemburg-Leaks vor laufender Kamera. Das war der Beginn meiner politischen Karriere, die dann immer stärker mit der Aufklärung dieser Dinge verbunden wurde. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass ich auch im Europäischen Parlament weiter diese Dinge verfolgen werde. Wir erleben seit vielen Jahren bei jeder Europawahl die Diskussion darüber, dass große Konzerne wie Amazon nicht genug Steuern in Europa haben. Das ist, ah doch, der, jetzt ist der, okay, ah nee, okay, komischerweise war eben das Bild schwarz. Ich weiß nicht, ob es die Zuschauer auch hatten, aber jetzt ist es da, jetzt sehe ich Fabio oder Masi, jetzt funktioniert es, okay, alles gut. Alles gut, ich habe nur die Lautstärken feinjustiert, da kann es sein, dass das Bild kurzzeitig schwarz geworden ist. ...zahlen häufig Mittelständler bis zu 30 Prozent mehr Steuern zahlen als diese Konzerne. Jedes Mal plakatieren die Parteien, sie würden dagegen etwas unternehmen wollen. Und dann heißt es nach der Wahl, wir können nichts machen, weil sich irgendwelche Steueroasen dagegenstellen. Deswegen sagen wir, hier könnte Europa einmal seinen Job machen, Länder wie Deutschland und Frankreich vorangehen und zum Beispiel Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen verhängen. Dafür werde ich mich im Europäischen Parlament weiter stark machen. Es gibt eine aktuelle Initiative eines bekannten Ökonomen, Gabriel Zuckmann, der auf Einladung der brasilianischen Regierung bei den G20 dafür plädiert, dass ungefähr 2.800 Milliardäre weltweit endlich vernünftig besteuert werden und dafür die Mittelschicht in unseren Ländern entlastet wird. Auch dies ist eine Initiative, die ich selbstverständlich gerne im Europäischen Parlament voranbringen werde. Die Ampel-Koalition lehnt sie auf der Ebene der G20 ab. Ah, schön zu wissen. Ja, ja. Aber das ist ja nichts Neues eigentlich nur. Ne, solche Initiativen, solche Forderungen gibt es ja immer wieder mal. Jetzt gibt es die von Zuckmann und es ist gut, dass Demasi das aufgreift. Also hier haben wir ja einen ausgewiesenen Wirtschaftspolitiker, das war Demasi ja in der Linkspartei. Der ist dann ja eher aus Versehen zum Cum-Ex-Aufklärer geworden, weil sich da kein anderer drum kümmern wollte. Aber Demasi, viele wissen das vielleicht, der hat auch Maurice Höfgen in der Linkspartei nach oben gebracht. Der hat den überhaupt in den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages geholt, wer ihn kennt. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie mal irgendwie mit dem Namen zu tun hatten. Und ich kriege das auch auf Twitter aktuell mit, der ist ja da wirklich gerade dabei, um darüber zu berichten über dieses Cum-Ex-Aufklärer. Ja, da hat er die ganze Zeit schon drüber berichtet, als er nichts mehr zu tun hatte. Da hat er, nachdem er aus dem Bundestag ausgeschieden war, quasi noch weitergemacht. Ja, finde ich gut. Ja, und auf jeden Fall jemand, der auch Ahnung vom Fach hat. Also das ist keiner, den sie da irgendwie, die haben da wirklich einen guten Mann drangekriegt mit Fabio Demasi. Ja, auf jeden Fall. Das BSW. Deswegen, ich dachte eigentlich, der hört auf mit Politik, als er an der Linkspartei fertig war. Aber ich habe mich richtig gefreut, als ich dann gesehen habe, ach, der tritt jetzt ein BSW bei. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht, also ich weiß, sie sind so halbwegs miteinander irgendwie, aber dass sie doch, dass ja dann doch der Parteigang gleich beitritt, also hätte ich nicht gedacht. Aber ja, umso besser. Wir betrachten uns aber in Deutschland derzeit um die Situation unserer Wirtschaft. Wir sind Schlusslicht unter den Industrienationen und mitten in dieser Situation, nach einem Energiepreisschock, mutet die Ampelregierung denen mit schmalem Geldbeutel Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer zu, CO2-Abgaben, die überhaupt kaum eine ökologische Lenkungswirkung entfalten können, weil wir gleichzeitig in den letzten Jahren hier in Deutschland über 5000 Bahnkilometer abgebaut haben. Die Bahn plant ungefähr 60 Bahnkilometer, Streckenkilometer im nächsten Jahr und daran sehen wir die Größe der Aufgaben. Es müsse jetzt endlich investiert werden in die zivile Infrastruktur in Deutschland. Ich habe bereits vor zehn Jahren im Europäischen Parlament den Vorschlag einer goldenen Regel gemacht, also dass die Mitgliedstaaten Kredite für sinnvolle Investitionen aufnehmen können. Er wird aktuell in Deutschland diskutiert und er wird auch auf europäischer Ebene diskutiert, aber er wird vor allem im Kontext militärischer Investitionen besprochen. Wir sagen als Bündnis Sarah Wagenknecht, wir wollen nicht unsere knappen Ressourcen in immer mehr Rüstungswettlauf verpulvern, sondern wir wollen endlich zivile Investitionen anschieben und wir werden uns dagegenstellen, dass man den militärisch-industriellen Komplex in Europa auf diese Art und Weise weiterfordert. Und ich bin kürzlich mit der Bahn gefahren, da kam ein Bahnmitarbeiter hinein und stellte rhetorisch im Abteil die Frage, ob wir nicht irgendwann entdecken würden, dass vielleicht einige Abgeordnete sich zum Beispiel mit Reihenmetallaktien die Taschen voll gemacht hätten. Deswegen habe ich einen ganz praktischen Vorschlag, den ich auch im Europäischen Parlament vorantreiben werde. Ich bin dafür, dass wir endlich eine Meldepflicht für die privaten Aktiengeschäfte von Abgeordneten bekommen. Ich bin sicher, wir werden noch viel Filz und Korruption auch im Rüstungsbereich entdecken. Wir engagieren uns für die zivile Konfliktlösung in Europa, auch aktuell in der furchtbaren Situation in Gaza. Häufig wird uns deswegen der Vorwurf gemacht, wir seien Putin-Versteher oder Russland-nah. Deswegen ist es mir auch ganz persönlich ein Anliegen, weil wir über diese Dinge jetzt ja gerade in Deutschland diskutieren. Ich war selbst im Fokus eines mutmaßlichen russischen Spions während meiner Wirecard-Recherchen. Ich finde diesen Vorwurf infam. Wir engagieren uns für friedliche Lösungen, weil sie im Interesse auch der Menschen in der Ukraine sind und weil sie vor allem auch im Interesse der Menschen in diesem Land sind, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Und wir werden diesen Konflikt nicht mit immer weiterer Hochrüstung beidegen. Zum Ende freue ich mich, wenn wir die Situation im Europäischen Parlament etwas aufmischen können. Ich habe zu Beginn gesagt, ich habe Herrn Juncker eine Erinnerungslücke beschert. Ich habe Herrn Scholz eine Erinnerungslücke beschert. Ich finde auch, Frau von der Leyen braucht eine Erinnerungsstütze im Europäischen Parlament. Aktuell ermittelt die Europäische Staatsanwaltschaft gegen die deutsche Kommissionspräsidentin wegen der Pfizer-Deals. Und sie hat dort Milliarden Impfstoffverträge per SMS vereinbart und will diese SMS nicht herausrücken, was im Übrigen ihre Pflicht wäre. Ich finde das einen infamen Vorgang und deswegen werde ich auch mich dafür engagieren, dass ich Frau von der Leyen bei diesen Dingen auf die Sprünge helfen kann. Und sie hat nun angekündigt, dass sie die Rüstungsbeschaffung zukünftig in Europa nach dem erfolgreichen Vorbild der Impfstoffbeschaffung organisieren möchte. Ich hoffe nicht, dass wir in einem Europa aufwachen. Das ist ja ganz was für Zufälle das alles sind. Alles Zufälle. Die Frau braucht auch dringend mal einen PR-Berater. Also alle wissen doch, was da bei der Impfstoffbeschaffung alles schiefgelaufen ist. Wie viele Milliarden da verpulvert wurden. Wie viele überschüssige Impfstoffe da beschafft wurden. Wie viele nutzlose Impfstoffe da beschafft wurden. Was für Nebenwirkungen da verschleiert wurden. Also es kommt ja mittlerweile alles raus. Und da sagt jetzt die Rüstungsbeschaffung, also wo noch mal hunderte Milliarden reingepulvert werden sollen. Wo selbst die CDU einen gemeinsamen europäischen Rüstungskommissar fordert. Da will von der Leyen jetzt genauso vorgehen. Also wie gesagt, die Frau braucht glaube ich mal einen neuen PR-Berater. Es ist unglaublich. Ich meine, wenn du sowas Hochkriminelles schon planst, dann kündigst du das doch nicht vorher an. Aber du siehst, die können sich erlauben, was sie wollen. In einer normalen Welt wäre die schon längst ihren Posten los, sag ich mal. Die säße hinter Gittern. Also wenn du in einem Unternehmen sowas machen würdest. Ja. Da würde dich kein Aufsichtsrat der Welt halten. Aber die EVP-Fraktion, die hat sie jetzt schon zur Kandidatin für nächstes Mal gemacht. Die soll wieder EU-Kommissionspräsidentin werden. Das ist nicht mehr normal. An der Stelle mal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Weil viele hier in dem Chat gerade schreiben auf YouTube, da sind die Kommentare deaktiviert. Ja, die sind deaktiviert. Ich habe auch schon im YouTube-Studio ausdrücklich ausgewählt. Die sollen aktiviert sein und es soll wirklich die liberalste Stufe, also YouTube löscht ja automatisch Kommentare und da habe ich wirklich die liberalste Einstellung ausgewählt, die überhaupt möglich ist in YouTube-Studio. Und trotzdem sind die Kommentare immer noch deaktiviert. Bei mir auch bei den letzten zwei Videos, das schaltet sich auch immer wieder um. Ich habe das bestimmt zwei, dreimal wieder eingeschaltet und es ist immer wieder ausgegangen. Aber ich kann es halt nicht ändern. Ja, und das könnte unter dem Video hier jetzt auch wieder so sein. Genau, stimmt. Ich habe hier gestern das Video, ich glaube mit den Grünen war das, angeguckt von dir. Dieses, was 20 Minuten ging. Da wollte ich auch einen Kommentar schreiben. Oder was war das? Ich glaube, ich habe auf jeden Fall ein Video von dir angeguckt und ja, ging nicht. Also du hattest, war bei dir auch, also kann ich bestätigen, dass das wirklich von YouTube aus ist. Ja, das hat auch viele andere Kanäle erwischt. Ich glaube 99 zu 1, Paul Brandenburg, René Wolf. René Wolf hat es angeblich wieder eingeschaltet bekommen, wie er das hinbekommen hat, keine Ahnung. Aber bei mir hat das in YouTube-Studio, obwohl ich es wieder eingeschaltet habe, nichts geändert. Ja. Indem Rüstungsverträge per SMS vereinbart werden. Herzlichen Dank.